Sie haben einstimmig getönt, sie wollen kein Öl mehr aus Russland. Sie haben einstimmig getönt, sie wollen kein Gas mehr aus Russland. Und jetzt kommt der Zwerg daher und sagt, wir haben kein Gas und kein Öl mehr! Ja, Herr Dr. Bornmänner, wenn du zuerst sagst, du willst kein Gas mehr, dann darfst du dich lange nicht beklagen, wenn du kein Gas mehr hast!